Herzlich Willkommen zurück zu der neuen Folge TDT Heroes mit Maluji, Ilamis, Judy, Kapuze, Kunan, Maru, Payne, McFly und Tardarhau. So ein paar Sachen wurden gefixt, ein paar Sachen werden getestet und neue Klassen sind schon mit dabei. Ich habe unseren Mitspielern nicht alle neuen Klassen erklärt, was zum Beispiel auch da ein Link ist, aber ein bisschen wurde auch gechained. Swift kann sich jetzt immer abrollen, also egal welche Waffe er in der Hand hat, du musst nur Ducken in der Luft drücken. Ja, das Klettern wurde nochmal verbessert und beim nächsten Mal wirst du auch klettern können, wenn du kein Holz hat, also egal was du in der Hand hast. Okay. Oh, nice. Wendalo, sie hat ein wenig stark, hast du das Gefühl. Dein X ist die Power, T ist der Kristall. Ich habe jetzt Chaos. Ich weiß nicht mehr, was meiner Chaos ist. Ist Chaos? Ja, was denkst du, was Chaos ist? Ey, war da gerade meine Steuerung? Alter, ich habe dir das gerade gemacht. Chaos ist unverstanden. Ach, das Chaos. Ah, das Chaos. Das ist meine Ficht. Hat das was zu dir? Aber 120 Minuten, eine Sekunde cooler. Ja, stell dir mal vor, du bist in einem Fall, drückst das und schaffst das. Ich schaffst das. Und da muss mir richtig gut. Hallo. Ich bin dafür zu blöd, okay, also lass mich. Chaos wird dich alle töten. Oh, ja. Schau doch mal. Wenn er eigentlich dieses Haus so hässlich gemacht hat. Er. Er töte der. Er war. 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 Ich bin raus. Oh, die Mots waren wieder super arbeitgeleise. Ich sehe viele neue Sachen schon. Kleine Logos, also auch bei dem Clockwork. Ich glaube, es fehlen hier eigentlich Penis herum. Hallo, du warst. Ich habe super arbeitgeleise. Danke, Kapitänze, dass du an mich geglaubt hast. Ah, seht ihr hier? Die Frostzone ist größer. Der war ja letztens so ein Schwach. Ja. Siehst du, glaube ich, auch stärker, oder? Ja. Das sieht dir das süß. Einzelner Diegelschuss, McFly. Wo rennst du hin? McFly, wieso renst du weg von der Tat? Ja. Das ist sehr verdächtig. Nee, ich glaube nicht, dass du wen gesehen hast, dass er geschossen hat. Maxi, verdächtig. Und war Louis mittlerweile auch verdächtig? Der Resistance war nur Exploitation. Das sagst du jedes Mal, oder? Nur mich zu triggern. Nein. Der Diegelschuss ging... Der Diegelschuss ging... Weil er hier stand. Bist du dumm? Was habe ich gemacht? Ich bin doch gerade da hinten gewesen. Ich habe die Frostaura gesetzt. Ja, und in der Frostaura wurde jemand zum Sidekick geschossen. Ja? Ja. Ich bist nur ein Suspekt. Ich bin ja auch hier ein bisschen auf beleidigende Art und Weise unterwegs. Finde ich auch nicht. Ich meine, eine Arroganze und möchte ja jetzt passen. Das hat es keine Ahnung. Hast du gerade versucht, mich umzubringen kaputt? Wer ist Mr. Meteor? Was war das? Das war das. Das war das. Das war das. Achso, die Thunderfix. Der Raketenstart. Das ist ein normales Traitor. Das geht halt immer. Nein, er hat einen Nate in der Hand und ist angeschossen. Warum ist keiner angeschossen? Opalui. Mach keine Faxen. Mach keine Faxen. Das ist ja fast ein Arena. Das ist schon voll geil. Wenn du das im 101 benutzt, dann muss gekämpft werden. Sind die Schüsse auch langsamer? Nö, ne? Die sind ganz normal. Slow bullet time. Voll doch geil, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. No pain, no gain. Passiert mir zu wenig. Also wir haben auf jeden Fall Traitor. Wir haben auf jeden Fall Traitor. Nein, nein, nein. Und von den Traitorn bin ich mir sicher, wurde einer zum Sidekick gemacht. Und die warten jetzt, bis später was machen. Oh, hier kann man nicht schwimmen, ach so. Ups. Warum bin ich so fangen, sagst du? Wer hat eigentlich das Haus so hässlich gebaut? Ja, ich bin... Du denkst schon die... Kapuze. Ah! Hupst. Hände ich nicht. Ey! Es ist Pain! Nein, es ist Pain, der hat vorbeugemacht und will Kapuze erschießen. Hahahaha. Balu, was willst du denn hier? Ich habe ihn jetzt auch schießen. Balu, was willst du denn? Kann auch gehen. Balu, was willst du denn hier? Balu, was willst du denn? Oh, war das gut. Sorry, Pain. Aber das ist... Ich habe mir schon gedacht, dass Kapuze schießt. Klar war ich bei Panik. Er will wegkomponiert. So witzig. Er wirft ihm... Er wirft ihm... Er wirft die Wasser weg. Ich war's. Das war Balu. Was war ich? Du hast Mauer erschossen. Du hast Mauer erschossen. Ja, bestimmt nicht. Mit was? Nicht schlecht. Ja, gar nicht. Verstehe. Balu war der einzige, der hier war. Ja, sage ich ja. Ach ja, übrigens. Auch ein Update. Ihr verliert euren Kristall nicht mehr, wenn ihr sterbt. Aber ihr verliert trotzdem eure Superpower, wenn ihr wiederkommt. Das ist... Moment, da antwortet keiner drauf. Kapuzes Leben zu wenig. Nee, nicht du, aber ich meine... Es gibt nur noch einen Traitor, oder? Kapuzes Leben noch einen Traitor. Hatten wir schon einen Schäckle? Nein, klar. Ich habe doch Pain verraten. Aber das hätte sein können, dass du vielleicht... Da liegt noch eine Leiche. Da kommen wir nicht dran. Da hätte sein können, dass du vielleicht der Sidekick geworden bist. Ich habe keine Ahnung, wie ich an ihn dran komme. Es gibt vielleicht noch einen Schäckle, oder? Ich glaube, dass es Juli und Kun dran sind. Ich habe gerade... Ja, du hast gerade einen Traitor erschossen. Das ist ja okay. Als Jakar macht man das ja. Juli, wo bist du gerade? Bei Kun dran. Okay. Kannst du den Radar kaufen? Kapuze und mir sagen, dass du... Tauta war inner. Ja, okay. Es lebt Kun dran, Juli und noch einer. Mit guten Tauta. Noch einer? Und ja... McFly. McFly war doch richtig. Aber schön, dass du dich gemeldet hast. McFly war auch der, der mit der Diegel geschossen hat. McFly ist safe. Der ist aber auch... Da liegt... Da liegt eine Leiche ohne... Ne, die fass ich lieber mal nicht an. Was ist eigentlich das Toilettenpapier hier? Der D, der hat dich weckeln. Das ist ja auch seine Pflicht. Was genau machen die? Die boosten dich in den Himmel. Und ich weiß nicht, was danach passiert. Ich glaub, ich will einen Abstand. Aua, 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 aua. Aua, aua. Juli schieß, Juli schieß. Juli schieß, Juli schieß, Juli schieß. Juli komm, oder? Nein, ich noch nicht. Ja, ja. Hilfe, 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 Hilfe. Du gehst mit. Jeder hat auch Klopapier. Was ist los mit euch? Nein. Kapuze. Warte mal. Wer ist das? Juli? Juli ist es. Juli ist es. Juli ist es doch. Und noch einen Inno erschossen. Holy shit, mein Quatsch. Ja, sie war uns sogar. Moment, bis es jetzt du auch. Nein, es ist McFly, der mit der Sidekick, die er daneben geschossen hat. Wo ist das denn der Kemp? Da hab ich ziemlich recht. Wolltest du auf mich schießen oder bei Louis? Oh, 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 oh. Alter. Jetzt wird's Thunder Thick. Was geht denn? Was war das? Ich geh down, weil ich ihn slow-mo angemacht hab. Hast du da, du bist du tot? Hast du grad Chaos benutzt? Ja. Ja. Chaos. Drückter Chaos. Oh, okay. Alter, meine Maus jetzt. Drückter Chaos. Oh, der hat nicht vorbeigeschossen. Man kann sich hier rufen, ich muss ja mit so einem Code-Menü was zeigen. Alter, wer mich da gerade auch betötet hat, das war so random, ich hab nicht mal was gemacht. Das war Juli alles. Ich war ja böse. Hm, hm. Pain fandest du es auch witzig? Wie im GTA, ja. Das war aber wirklich nicht gut. Aber ich kann berichtigen. Okay, Kapuze. Pain. Slow-motion und verschrei. Mal gucken, was passiert. Aber ich kann berichten vom Spectator von Juli, man kann die Sword-Office droppen wieder. Ja, das haben wir auch gefixt bekommen. Kapuze hat echt was gegen mir. Echt krass. Oh, sorry. Das ist ein Schuttschild gegen Kugeln. Das ist nicht mehr angemessen. Oh Gott. Wer hat das denn schon mir gemacht? Hä, was ist denn das? Ja, Pain hat es angemacht. Chaos. Was ist denn der Frost? Was macht das denn? Ja, was für Chaos? Ich merk nichts. Wie du merkst das? Eine Frostzone. Ich merk das nicht. Ist diese Bau oder was? Chaos ist einfach invertiert durch Steuerung. Ja, er ist selbst Chaos. Er wird sich die nicht selbst invertieren. Hallo. Ist das Chaos schon, Juli? Kennst du schon? Nee, ist mir echt neu. Es ist Chaos. Was passiert, Juli? Erzähl mir mehr. Und. Guck mal. Es geht in der Luft. Oh Lord. Du böse dich. Wenn man in der Luft Loat anmacht. Sag doch nen Namen, Juli. Er ist da und Kapuze. Den Predator werde ich nach der Aufnahme... Der Ekel hat. Weil? Juli. Du start. Er geht nicht. Ach so. Kann sein, dass das auch nicht funktioniert. Der wäre? Fieser Predator. Ich bin ja wohl safe. Fieser Predator. Ich bin ja wohl safe. Fieser Predator. Ich bin ja wohl safe. Hat er geschossen? Eigentlich hat er runtergeschwimmt. Kann man das Wasser hier wirklich hochschwimmen komplett? Wie in Minecraft? Wollte. Das Chaos ist böse. Juli ist schon mal potenziell indoor. Ja. Grüne Weste. Warum ist Pain böse? Was? Wie wird gerade gesagt, das Chaos ist böse. Ach so, ja. Pain ist Chaos. Das könnte auch sein. Wie kann es denn passieren, dass ein Traitor als erstes stirbt? Weil Juli erschossen hat. Weil Juli erschossen hat. Ja, aber... Kapuze hat auch angefangen zu schießen. Das war dumm. Ja, das kann... Das war die Ersinnung. Das war die Ersinnung. Das war die Ersinnung. Das war die Ersinnung. Verloren. Armer Kapuze. Hey, hey. 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 Maxi, was willst du mir die machen? Wenn sie eine gute Runde hat. Ah, Juli. Und danke. Geht ihr Shift und an die Ränder gehen? Geht das? Ja. Muss ich jemandem die ganze Zeit mit Schädel funktioniert? Ich glaube nicht. Ja, du musst ihn anvisieren, ja. Während des Chargings. Ach so, die ganze Zeit muss ich ihm Visier halten? Ja, ich glaube ja. Okay. Haben wir nicht irgendwie was zum Heilen? Dass wir Juli heilen können? Das ist ja fast unmöglich, wenn jemand rumtrollt. Ja, Alten Priest ist es oder so. Ey, manchmal bleiben schon Leute stehen. Ach. Haben wir nen Jesus dabei? Dann könnten wir da vielleicht die Wartezeit über 90 Sekunden machen. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, aber ich bin die ganze Zeit an einer Stelle und mache nicht besonders viel und werde schon wieder von dir gecallt. Dann der D-Til hier nochmal hinkommen. Ja, da könnt ihr ja noch Credits haben. Ja, online. War ja Merch. Ich habe ihn gecallt. Oben auf dem Dach liegt der. Ach so, da will ich nicht hin. Was? Das ist... Hier war aber ganz schön viel Blut dafür, dass hier nur... Die beiden haben sich auch gegenseitig betroffen, oder? Ja, so viel Blut hier ist auf einer Fläche. Okay, die haben da aufeinander geschossen. Ich habe eine smoke gedroppt. Ach so, das mal. Wer wurst? Dann gehe gerne dazu. Die rennte ran. Ich suche noch jemanden, der mich heilt. Jetzt ist eine Golddiegel. 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 Ja, das war eine Golddiegel. Ja, der ist eine Golddiegel. Ja, der ist eine Golddiegel. Der hat jemanden erst angeschossener Golddiegel. Ich glaube, er hat auf mich geschossen. Ich glaube auf Leibe. Ey, Kontra dieses und Julie! Nein, Julie kann es nicht sein. Oh, 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 oh. Ja, ne, ich glaube er hat auf Pain geschossen, weil das passt wieder durch Franz her. Ja, und von der Laune. Okay, Daru war erschossen. Warte, 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 kann man mit dem dir ein Ass genau? Daru was? Ne, er hat sich quasi selber angezeigt. Ja, das habe ich gewusst. Ja, das habe ich gewusst. Ja, genau. Ja, sonst hätte ich ihn ja wohl nicht erschossen. Okay, du bist in der Luft. Hä? Ich habe jetzt deine Kraft geklaut. Also ich bin float. Alter, kann ich von dir klauen? Das habe ich voll geklaut. Du könntest dir, glaube ich, was du klauen. Das habe ich gesagt. Bleib mal stehen. Ey, du kannst auch meine Klasse haben, wenn du willst. Alter! Okay, das hat ewig deinen Kulon jetzt. Also ich habe den Zeitkick erschossen. Ihr denkt dran, wir haben auch noch einen... Julie? Also wer war es jetzt, Kundran, ne? Kundran, hast du jetzt gerade echt Julie erschossen? Ja, Kundran ist Traitor. Nein, ich bin vom Dach geflüchtet, nachdem ich... Kundran ist Traitor. Tötet ihn. What the shit? Pain ist böse. Tatsächlich ist... Pain ist sicher nicht böse, aber... Dalu war der böse. Hä? Moment, aber... Also Kundran ist es? Oder Maxi? Und hat jemand gedazzelt? Auch böse. Ja, McFly war auch böse. Es tut mir leid, Maxi. Hallo, Marco. Ich bin mal nicht böse. Dürfen, weil Dalu Sidekick war... Richtig. Genau, deswegen, sorry. Danke. Bitte. Aber um eine Art Bugreport an Dalu zu geben, ich glaube, ich habe jetzt mit Pain jetzt... Ich habe ihn seine Klasse geklaut, dann hat er sie zurückgeklaut und der Kulon hat sich addiert. Ey, wir können übrigens Items dann vermutlich auch töten. Übrigens kann auch das sein, dass das falsch eingestellt ist. Ich hatte eben als Trader nur einen Credit. Dass die Credits vielleicht falsch eingestellt sind. Warst du Faceless? Äh, äh, hier, blaue Fritze? Nö. Ich war Trader und habe einmal eine Sache gekauft und dann konnte ich nichts mehr kaufen, weil ich keine Credits hatte. Jetzt. Wer jeden... Kapuze wurde wiederbelebt. Kapuze wurde wiederbelebt. Aufpassen. Items auch. Töten? Was für Items wurde wiederbelebt? Was was von Call? Nein, Kapuze wurde wiederbelebt. Hör mal zu. Soll ich items töten oder nicht? Du brauchst gar nichts callen. Du musst den Kunden ran töten. Na komm. Er redet schon wieder 30 Sekunden am Stück. Hallo? Okay. Ja. Da ist ja MrRedditGuide2. Unglaublich. Was? Äh, sollen wir uns irgendwie treffen oder so? Wahrscheinlich nicht. Nö. Nö, ihr Schaf? Nö, sowas macht man nicht. Nö. Nö, ihr Schaf? Ist auf Items. Warte. Warte. Du wolltest ihn treffen. Ist auf jeden Fall dein letzter Freund. Mein letzter Freund. Mein letzter Freund. Du weißt, dass Kapuze nicht in meinem Team ist. Ja. Du weißt, dass Kapuze nicht in meinem Team ist. Ja, sonst würde ich auch sagen, dass er dein Freund ist. Ähm, äh, ich stehe dich sehrfrieden, oder? Ja, du darfst reden, weil du T bist. Mache. Ähm. Pain! Ja. Zeig mal, wo du bist, na, ha? Ich schlaufe die ganze... Also ich krieche die ganze Zeit durch die Gegend und suche einfach... Keine Schlange, Pain. Äh. Hau mal an Items. Was soll das denn? Die Kacke hier. Im Wasserfall. Pain. Wo bist du denn? Oh, scheiße. Sehr gut. Sehr gut. Schulis mit 20 mal superlacker ausgewichten. Sehr gut. Zeig auf Baos. Ich bin im Wasserfall gestorben. Das ist scheiße, darunter zu schwimmen. Das klappt nicht richtig. Nee, da ist das... Hä? Sonst ertrinkst du. Ja, aber warum? Ich habe keine HP-Anzeige. Das ist so ein Rächtstoff hier, oder nicht? Bist du dem Zeitpunkt hatte ich ja nur Bösen erschossen. Weil Dalu halt, äh, den Paul-Kundern ist böse gemacht hat, als er, äh, Zeitkick war. Ich rede, danach war sie tot. Ich bin dort gestorben, mein Fuß so? Ja, ja. Ich wurde von Items geschnippert. Durchs Wasser? Achso, hier ist Wasser. Lol. Schnipp, schnapp. Ja, ich hab mich von D getötet. Wie hat mich angekuckt? Hab ich dich vom Grund dran gesagt? Ja, du hast dich angeschossen, das weggesprungen. Vom, vom Hochhausgrund hab ich gekuckt. Also ich war wirklich float. Also konnte springen. Hab ich echt entsprungen? Oh mein Gott, alter. Was ist los mit mir? Der Resistance hat nichts anderes, als er gegen Explosions-Schaden-Immune. Ja, du kannst aktiv dich zwei Sekunden verhundbar machen. Achso, krass auch. Genau, du hast noch eine Active-Build. Ja, vielleicht hilft mir das, wenn ich das nächste Mal in den Wasserfall hoch oder unter schwimme. Hilft das gegen Ertrinken? Ja, da du, du killst mich. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Es ist gerade jemand Invis vor meiner Nase gemacht. Kaputt! Was macht jetzt nochmal der Super-Villain? Was macht jetzt nochmal der Super-Villain? Maxi! Wird das hier, wenn's fertig ist. Ah. Kristalle. Kann man sich als Zwift eigentlich abholen? Oh, liebste Du, welche Pradiet. Wieso fassen das Pain? Pain, wenn du die Schnauze wehren. Das sind die hässlichsten Schiffe, die ich je gesehen habe. Willst du noch mal kaputt sein? Ebula! Der Ebula? Wenn jetzt einer stirbt im Raum. Seid mal nett zueinander. Ich bin Detective und ihr müsst alle lieb sein. Ui. Oh, fucking hell. Lieb sein. Hast du gehört? Pain? Juli, da ist Brand. Wer war das? Juli, da ist Brand. Wer ist von Juli, komm. Er hat die Hau 9 in den Nach. Oh, shit. Garo ist böse. Garo ist böse. Kann ich bezeugen? Hallo ist es? Hallo ist es? Der schlägt vor uns. Ich bin nicht mein Nitzender. Warum fliegt der? Weil hier keine Gravity anders in dem Haus. Oh Gott. Er muss Punkte haben. Ich bin der Ninja aus dem ... Er war der Super-Villain. Und der Nebula verstanden. Also Mario ist auf jeden Fall friendly. Drop, drop der Super-Villain das Schwert, um Kristalle zu zerstören. okay vertrauen wir einfach mal was ist mit was ist wenn kapuze kundran getötet hat und tatur hat kundran getötet wir schon zusammen trotzdem sagen dass es gerade eskaliert immer noch wiederbelebt ja hallo wird wieder belägt was man töten also da du stellst du dich freiwillig aber nein nicht so maxi ist auch noch böse warte 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 schießt auf marxia mit torte wahrscheinlich selber was macht er wollte denn wenn ich das chargern muss du hast mir meine klasse geklaut er macht alles dunkel ich muss das chargern ich bin es nicht den bolt muss man nicht chargern noch mal auf den musst du schlagen und er hat noch 20 sekunden cool dann soll ja haben wir das auch enden auch böse als muss er am besten da wieder gespawnt also da nur ist dauernd so glaube ich echt ja der ist dauernd ich bin es nicht so gut das ist das das ist das das ist das das ist das hier draußen bei der lave ein wasser okay jetzt alle gemacht oder was ja ich glaube ich hätte es hätte mir komischer sondern ich glaube das explodiert du hast doch genauso mit ihm gespielt ich fand es witzig ja okay ich habe in dem moment nicht drüber nachgedacht du bist vor mir gelandet bist explodiert ach so du hast mich doch verraten ich habe es nicht gemerkt ich dachte ich bin detektiv oder kann ich kein zeit ich habe gerade glaub irgendwas gemacht was macht der flashbang okay kaputt gemacht worden jetzt ja nur noch dass du dein eigen wenn deiner kaputt gemacht wurde und aber bei mir stand gerade dass man ich schieße auch nicht weil ich super fair bin ich bin ich bin ich zeige ich dir deine kristall schaden also die ich wollte einfach nix augen jemanden um da hin er ist falsch an gestorben da ist er mit messer ist jetzt blick es ist der mit dem messer sicherlich nicht blicken thomas hier oben ist noch ein t der war relativ weit oben trader hier achtung mehrführer ich habe nicht geschossen doch ich habe kein schaden kriegt ich habe keiner ich weiß nur dass tauter schon mal böse war hier er war hier alle hier alles verbrecher ganz unten ist noch ein böser wer baro ist es baro ist es hilfe ich hasse das in minecraft kannst du normalerweise mit sneaker achten das problem ist ich denke immer nicht daran dass du erst die x drücken musst um die fehlkart wieder auszuschalten wenn sie leer ist also jetzt noch mal zum verständnis ab jetzt wird nicht mehr angezeigt wenn ein kristall zerstört wird von wem er zerstört wurde ne von wem steht sowieso nie da aber stand noch nie da nur ein kristall wurde zerstört leute wenn euch das noch nicht gefallen lasst gerne like das schon beim vorbei sind sowieso hier was grüßt und tschau tschüss so wie es wir wie wir wie wir dass